Ja, ich muss jetzt einfach schnell ein Video machen, denn jetzt gerade gab es unglaublich gute Nachrichten. Es gab unglaublich gute News für Ethereum, nämlich von Coinbase. Coinbase, eine der größten weltweiten Kryptohandelsplattformen, hat soeben bekannt gegeben, dass sie ihre eigene Blockchain launchen werden und zwar ist das eine Ethereum Layer 2 Blockchain. Es wird ein Optimism-Fork sein, also ein Fork von dem bereits existierenden Ethereum Layer 2 Optimism und das eben wird jetzt gelauncht von Coinbase. Das heisst, wir haben einen weiteren Ethereum Layer 2 neben Arbitrum und Optimism und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und warum ist das jetzt so krass? Nun ganz einfach, weil einfach Coinbase Coinbase ist. Genauso wie Binance. Binance betreibt die Binance Smart Chain und hat auf der Binance Smart Chain eine sehr hohe Aktivität, eine sehr hohe Handelsaktivität, eine sehr hohe Nutzeraktivität. Viele Leute nutzen die Binance Smart Chain und genau so möchte dies jetzt auch Coinbase machen, aber auf Ethereum. Das heisst, Coinbase setzt auf Ethereum. Binance hat ein komplett neues Ökosystem erschaffen. Coinbase möchte nicht diesen Weg gehen, sondern Coinbase möchte ein Ökosystem nutzen, welches bereits existiert und eben Coinbase möchte auf dem Ethereum Ökosystem aufbauen. Das heisst, das ist ein unglaublich positiver Tag für Ethereum. Ein unglaublich starker Tag für Ethereum, sehr stark für das Ethereum Netzwerk. Weil Coinbase hat über 110 Millionen registrierte Nutzer. Also 110 Millionen registrierte Nutzer auf Coinbase. Und das ist enorm viel. Das ist viel mehr, als sich Leute sonst auf On-Chain rumtreiben. Denn wirklich On-Chain-Aktivität, Ethereum On-Chain-Aktivität, Leute, die wirklich Metamask nutzen und regelmässig solche Sachen nutzen, wie Unisop und Aave, diese ganzen DeFi-Protokolle, die ich ja auch so cool finde. Es sind ganz wenige Leute, das machen also wenige Leute, das sprechen von ein paar 10 Millionen, also ungefähr so 10 Millionen Menschen, die das wirklich regelmässig nutzen. Und das ist nicht viel. 10 Millionen Menschen ist nicht viel, wenn wir das vergleichen mit der Weltbevölkerung. Wir haben Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Und eben nur schon Coinbase alleine hat 110 Millionen Menschen Nutzer. Also wir sehen hier ein unglaubliches Potenzial. Wenn wir hier nur schon die Hälfte, stell dir mal vor, die Hälfte der Nutzer von Coinbase, können wir in das DeFi-On-Chain-Ökosystem hineinbringen, dann wäre das ein unglaublicher Fortschritt für Ethereum und das ganze DeFi-Ökosystem. Weil, ich meine, damit ist Coinbase der Gatekeeper. Coinbase ist wie die Brücke von der zentralisierten Börse in die DeFi-Welt. So kannst du mit einem Mausklick oder mit einem Fingerdruck auf der Handy-App, kannst du von Coinbase, von deinem Coinbase-Account, kannst du in DeFi hineingehen. Also du musst nicht mehr nervig eine Bridge benutzen. Also Coinbase bietet hier auch diese Bridge, um in diesen Layer 2 zu gelangen. Also es ist hier wirklich ein Rundum-Sorgers-Paket, was alles im Hintergrund abläuft. Aber der eigentliche Nutzer, der eigentliche Nutzer von Coinbase merkt davon gar nichts. Und der eigentliche Nutzer von Coinbase hat einfach nur ein sehr smoothes Produkterlebnis, kann diese Produkte sehr einfach und unkompliziert nutzen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ich meine, ganz ehrlich, DeFi ist immer noch sehr kompliziert, wenn du auch in verschiedenen Chains hin und her bridgen musst. Du musst eine Bridge wählen und immer wieder die Wallet verbinden und dann auf Bestätigen klicken und so weiter. Das ist alles etwas mühsam. Und der 0815-Nutzer, der 0815-Krypto-Nutzer, der das Ganze eigentlich nicht so groß interessiert, der möchte einfach nur ein smoothes Übergang haben. Der möchte mit einem Klick von einer Chain in die andere gehen und so weiter. Das alles ohne sieben verschiedene Seiten und so weiter. Und das ist genau das, was jetzt hier mit Coinbase ermöglicht wird. Coinbase bietet eine einfache Brücke von Coinbase in die DeFi-Welt, in die On-Chain-DeFi-Welt. Und eben dies dank ihrem eigenen Layer 2. Zudem ist dieser Layer 2 natürlich EVM-kompatibel, denn es ist ja wie gesagt ein Optimism-Fork. Das heißt, diese EVM-kompatible Layer 2-Chain, Base, Base heißt das Ganze, ja, diese Base-Chain wird EVM-kompatibel sein. Das heißt, diese kann sehr einfach mit anderen Layer 2 interagieren und auch mit Ethereum interagieren. Und das ist sehr wichtig, wenn wir das Ökosystem, das ganze Ökosystem stärken wollen. Denn ich meine, das ganze Ökosystem wird irgendwann so aussehen, dass wir verschiedene Layer haben, die sehr smooth miteinander interagieren können, dass der eigentliche Nutzer gar nicht mehr wirklich merkt, hey, auf welchem Layer bin ich denn jetzt genau unterwegs? Und genau das wird jetzt durch Base nochmals gestärkt. Dann, was wir auch wissen müssen, es wird keinen Token geben. Das wird hier auch ganz klar bestätigt von Coinbase. Es wird keinen Base-Token geben. Das Ganze, dieser Layer 2 wird zwar Base heißen, aber es wird keinen Token geben. Dies ganz anders zu Optimism und Arbitrum. Optimism hat ja bereits einen eigenen Token gelauncht und Arbitrum wird noch einen launchen. Das wurde immer wieder mal so angekündigt. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, diesen Weg, den Coinbase geht, ohne einen eigenen Token. Denn ich finde schon eigentlich der Optimism-Token, wenn wir auch zurück auf Optimism gehen, der Optimism-Token hat ja eigentlich nicht wirklich einen Nutzen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass hier Coinbase sich dazu entschieden hat, keinen Token zu launchen. Ist auch regulatorisch, dann viel einfacher, gibt weniger Probleme. Jetzt natürlich die Frage, wann kommt das Ganze? Wann startet Base Mainnet? Wann kann man das Ganze nutzen? Coinbase hat bestätigt, das wird in den nächsten Monaten der Fall sein. Nun, warum geht das Ganze so schnell? Weil Coinbase muss ja nicht von Grund auf das Ganze neu aufbauen. Denn es ist ein Optimism-Fork. Das heißt, die konnten eigentlich den Großteil des Codes konnten sie von Optimism kopieren. Das heißt, in den nächsten Monaten soll das Ganze starten. Und dann kannst du ab dann als Coinbase-Nutzer das Ganze sehr einfach nutzen. und auch andere. Es wird natürlich geplant sein, dass auch andere diesen Layer 2 nutzen können. Genauso wie auch jemand anderes die Binance Smart Chain nutzen kann. Ich meine, du musst nicht ein Binance-Konto haben, um die Binance Smart Chain zu nutzen. Natürlich kann dann jeder, jeder kann diesen Layer 2 nutzen. Das ist genau das Ziel. Das ist genau so, wie es sein soll. Richtig permissionless. Jeder kann das Ganze nutzen. Und natürlich auch, jeder kann eine App darauf aufbauen. Jeder kann irgendein Liquidity-Protokoll oder irgendein Lending-Protokoll auf Base aufbauen. Und genau das fördert auch die Entwicklung, dass jeder hier etwas programmieren kann. Jeder kann hier etwas darauf aufbauen. Ja, das heißt, einfach ein unglaublich guter Tag für Ethereum. Ein unglaublich starker Tag für die Ethereum Layer 2 Landschaft. Wenn wir uns hier die Layer 2 Landschaft von Ethereum anschauen, natürlich immer noch Platz 1, Arbitrum und Optimist. Wir sehen hier insgesamt ein Total Value Locked auf allen Layer 2 von Ethereum von 6,3 Milliarden Dollar. Einfach unglaublich, diese Zahl. Das musst du dir einfach mal vorstellen. 6,3 Milliarden Dollar Total Value Locked auf den Ethereum Layer 2. Und jetzt kommt noch ein weiterer Layer 2 dazu. Also diese Zahl wird absolut durch die Decke gehen. Ich erwarte hier mindestens noch 10x über die nächsten Jahre. Vor allem, wenn wir dann in den nächsten Bullrunner hineingehen. Mindestens 10x hier das Total Value Locked von dem Ethereum Layer 2. Und was natürlich auch spannend ist, wenn wir hier nicht nur Total Value Locked anschauen, sondern auch Activity. Was die Aktivität ist auf dem Layer 2. Wir sind hier eine höhere Aktivität als auf dem Ethereum Mainnet. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Skalierung. Und das ist ja auch das Ziel. Das Ziel von Ethereum Layer 2 ist es, dass wir Ethereum skalieren können. Und wir haben hier aktuell eine Skalierung von 2,9x. Das heißt, fast eine Verdreifachung der Transaktionen, die auf dem Ethereum Mainnet stattfinden, haben wir auf allen Layer 2. Und das ist unglaublich positiv. Das ist ja genau das, was alle die ganze Zeit schon sagen. Alle sagen immer, nein, Ethereum kann nicht skalieren. Ethereum kann nicht skalieren. Natürlich kann Ethereum skalieren. Wir sehen es ja jetzt eins zu eins, wie Ethereum skalieren kann. Nämlich über die verschiedenen Layer 2. Und eben heute ist ein weiterer Layer 2 dazugekommen, nämlich Base. Und ich bin einfach nur geflasht. Ich bin so glücklich, was hier an Entwicklungsarbeit abgeht. Rund um Ethereum. Auf allen Fronten wird einfach gebaut auf Ethereum. Und das ist genau das, was wir sehen wollen. Und wir sehen solche großen Partner wie Coinbase. Coinbase, einer der allergrößten im ganzen Markt, baut hier auf Ethereum. Und das ist genau das, was ich sehen möchte als langfristiger Ethereum-Investor. Falls du neu auf diesem Kanal bist, lass mir gerne ein Abo da. Ich spreche hier sehr oft über Ethereum und manchmal auch über Bitcoin. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald. Ciao.